Musik Und damit herzlich willkommen hier aus Fortaleza aus dem Stadio Castellau zur heutigen Partie zwischen Racing Club und Jiangsu Sunning Beide Teams sind das erste Mal qualifiziert bei diesem großen Turnier da seit 1993 um die Weihnachtszeit vor der Weihnachtszeit ausgetragen wird und wir befinden uns in Brasilien das zum zweiten Mal Spielort dieses Turniers sein darf 2012 gewann Juve die später in das Turnier starten werden Hier jetzt allerdings erstmal Racing Club gegen Jiangsu Sunning Beide Teams sind Gruppengegner von Liverpool und Atletico Madrid und beide Teams wollen die großen ärgern Liverpool hat gestern vorgelegt mit 2 zu 1 gewann man diese Partie in Wilhelm und kann jetzt nun in der nächsten Partie gegen Racing Club den Achtelfinaleinzug perfekt machen wenn nicht sogar der Gruppensieg dazu muss allerdings erstmal auf diese Partie geschaut werden bevor wir unsere Prognose abgeben hier in Fortaleza das zum ersten Mal Spielort ist und wir springen zur ersten Möglichkeit und es wird nach 18 Minuten die erste Ecke geben für Jiangsu Sunning wird aus dieser Ecke was herausgespielt Jiangsu Sunning sind das erste Mal bei diesem Turnier dabei Wangsu, Evagando und Shanghai SIPG waren die Teams die nur aus China dabei waren Jiangsu Sunning ist der dritte chinesische Teilnehmer bei diesem Turnier und sie wollen es gut machen deswegen springen wir zur nächsten Möglichkeit es steht weiterhin 0 zu 0 und da ist das 1 zu 0 gefallen wie aus dem nichts geht Racing Club in der 41 Minute durch die Sandro in der 41 Minute durch die Sandro in Führung wie aus dem nichts kommen die Argentinier und schlagen zu wir gucken es uns in der Wiederholung nochmal an keine Chance da wird einfach die Sandro allein gelassen und dann ist natürlich der Keeper ohne Chance er steht 1 zu 0 für Racing Club und das tut besonders gut wenn man denkt dass es gleich Halbzeit ist und damit mal schauen wie es zum Pausentee steht und zur Pause steht es 1 zu 0 für Racing Club wie aus dem nichts sind sie in Führung gegangen durch Lissandro Lopez wie wird es im zweiten Durchgang hier in Fortaleza natürlich Racing Club die sehr weit kommen wollen allerdings auch Jiangsu Sunning die zweite Halbzeit wird spannend und wieder ist es Lissandro Lopez der zuschlägt 2 zu 0 für Racing Club bis zur 66. Minute ist nichts passiert und jetzt ist die erste Möglichkeit im zweiten Durchgang ein Tor und wieder ist es Lissandro Lopez also Racing Club spielt sich hier eine sehr gute Ausgangslage für die Partie gegen den FC Liverpool und Changsu Sunning muss aufpassen dass es nicht noch schlimmer wird und unter die Räder gerät 2 zu 0 für Racing Club ein Wechsel und dann springen wir zur nächsten Aktion und es fällt sogar das 3 zu 0 in der Nacht die Zeit und wieder ist es Lissandro Lopez damit hat er 3 Tore und damit ist er der Top Torjäger und wir blicken auf die nächsten Spiele bei diesem Turnier für beide Teams also Racing Club trifft danach wie gesagt in Sao Paulo in der Stadion Sao Paulo in der Arena auf den FC Liverpool für Changsu Sunning geht es in die Real Arena gegen Guiana in Guiana gegen Atletico Madrid und dann sehen wir uns an welche Spiele heute noch anstehen werden während der Schiedsrichter zum Abpfiff Fight 3 zu 0 am Ende der Endstand und wir schauen auf die nächste Partie die nächste Partie da hat sich was geändert wird nicht Wissler Kobe gegen New York City sein sondern Pimonte gegen Barcelona um 18 Uhr in Sao Paulo im Volksburg Stadion was das Allianz Parquet ersetzen wird die Partie zwischen Pimonte und Barcelona und dann um 21 Uhr brasilianischer Zeit um 0 Uhr deutscher Zeit im Waldstadion in der Arena Pernambuccio die Partie zwischen Wissler Kobe und New York City und wenn euch dieses Spiel gefallen hat würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen vergesst den Kanal nicht zu abonnieren und dann sehen wir uns später in der Partie wie Pimonte gegen Barca Ciao und bis bald